So, ich habe gerade eine kleine Aufnahmepause gemacht und habe dabei festgestellt, während ich so durch die Menüs gescrollt bin, dass wir noch 5 Fertigkeitspunkte haben, die wir noch nicht vergeben haben und auch noch eine, ja, ein Slot auch noch nicht belegt haben. Super bin ich. Ich sage es euch. Und ich habe gerade mal so ein bisschen überlegt, worin wir so die Punkte investieren. Vielleicht nehmen wir auch mal schwere Schläge mit rein. Jetzt zumindest so für den Anfang. Und rüsten das vielleicht auch nochmal auf eins auf. Dann hätte ich gerne hier die höchste Stufe. Das ist ja unser Überredenskill. Puh. Da wir jetzt nur die 3 haben, investiere ich jetzt, glaube ich, auch nur in die 3. Wir können eh nur die 3 jetzt ausrüsten. Wett. So. Also nehmen wir hier noch einen rein und hier noch einen rein. Wieso nicht? Gut. Weiter geht's. Hatte ich jetzt meditiert? Ich kann mich gerade gar nicht dran erinnern. Doch, ich glaube, ne? Hatte ich. So, und nun? Hier hoch. Ah ja, Tatsache. Ja. Na dann. Once you finally find Siri, what will you do? Any plans? Depends what she wants. Imagined it? How it will transpire? What will she say? What will she look like? No. I'm sorry. Forgetting ahead of myself. At times I forget. Ach Gott, hier geht's wieder in verschiedene Richtungen weiter. Hm. Oh, oh, oh. What? Got that feeling again? And more. Gargoyle? Dammit. Sag mal. Wow. Der haut aber auch zu. Mein Gott. Auf mich anzuspucken. Mein Gott, der macht aber... Oha. Äh, ich bin schockiert. Hervorragend. Warte mal. Ich muss mal gucken, was der wenigsten hat hier. Ein Gargoyle-Herz. Puh. Puh. Dann müssen wir aber nochmal gucken, was hier so liegt. Ballbolzen. Breitkopfbolzen. Das war alles. Ich bin ja ein wenig enttäuscht. Puh. Habe ich mich gerade echt ein wenig erschrocken. Gut. Dann gehen wir wohl hier lang. Ich vermute, dass uns hier auch noch gemeine Sachen... Da geht der Fackel einfach rum. Okay. Warte. Nee, will nicht. Okay. Moment. Schon wieder. Mensch. Bloß weg hier. So, ich werde hier mal... ...sicherheitszeilen... ...weichen. Wer weiß, was uns als nächstes erwartet. Das Ding kann ich aber nichts machen, okay? Weiter geht's. Kann ich da draufhauen? Nein. Oh, ich glaube, die uns erwartet hier nicht so tolle Sachen. Schalalalalalalala. Lass uns doch wieder zurückgehen. Oh, oh. Oh, ich habe nicht meditiert, ne? Ich habe irgendwie nur einen Trank oder so. Ich habe doch bei den Golems jetzt gerade wieder welche verschwendet. Der haut... Warte, der haut ab. Was ist das? Was ist das? Der weiße Frost. Der hat von der Hunt summoned. Kannst du sehen, dass die Kräcke, die es durchbauten ist? Sie sind zu weit. Wir müssen näher kommen. Wir müssen näher kommen. Wir müssen näher kommen mit Demetia Crest. Wir stehen zu meiner Seite. Darien und Noi! Aha, okay. Bleib näher. Ich vermute mal, wir sollten hier drinbleiben. Warum laufst du nicht weiter? Töte die Kreaturen. Ah ja. Ich würde ja mal vermuten. Ah ja. Also mein Pad fängt auch sofort an zu vibrieren, sobald ich da rausgehe. Uiuiuiui. Hör mal auf. Ja, komm, mach hinne. Du bist sehr optimistisch. Wir haben noch drei und ich hab noch einen Trank. Naja gut, noch ein bisschen Brot und so. Vielleicht sollte ich noch was nehmen. Wieso nimmst du den nicht gleich da, den da und so, der da, der da? Na super. Ich vermute, hier werden wir wohl auch gleich wieder Besuch bekommen. Oh. Das macht hier wahrscheinlich auch Sinn, nicht die Ausweichrolle zu nehmen. Sondern den Schritt nach hinten, weil sonst rollt man immer so schnell raus. Ist das alles aufregend? Komm. Los, lauf. Ich esse noch ein Brot. Sicher, sicher. What? Wollt ihr mit den Fäusten loskämpfen? Sag mal! Hamas. Super. 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 Geht's jetzt wieder, Schnucki? So wie. Wir gucken uns natürlich noch ein wenig rum. Da ist auch noch was. Und da ist auch noch mal was. Das ist aber nicht ohne mich abhauen, Weibchen. Das wäre blöd. Ja. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich, Moment. Ich bin ja ein schlechter Spieler. Und werde noch mal ein wenig meditieren. Ich ahne, dass es nicht besser werden wird. Ich kann mich hier gar nicht dran erinnern. Ich meine, ich hab das hier alles schon mal gespielt, aber... Sicher, sicher? Oh, ich glaube, daran kann ich mich erinnern. Der war kacke, entschuldigt. Das wird witzig. Wahrscheinlich für euch. Für mich nicht. Ich speichere aber noch mal hier vorne, dass wir dann gleich hier anfangen und reingeht's. Ich erinnere mich, für den habe ich Anläufer gebraucht. Mehrere. Die Wunde kann ich mich nicht erinnern. War daran. Komisch. Ah, Sweetie. Okay. Hm, ja. Ja. Eigentlich hätte ich, glaube ich, lieber mein Schutzschild. Au, Entschuldigung, hatte ich kein Schutzschild. Ach, ich glaube... Äh... Ja... Und ich glaube... Ich hatte damals nämlich ein ähnliches Problem. Wie ich wahrscheinlich jetzt auch gleich kriegen werde. Da war er nämlich auch... Oha! Oh, mein Gott! Ich nehme meine Schwalbe. Au! Ähm... Ich hatte damals das Problem... Ach, shit! Ja, 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 ich komme ja schon. Ich hatte damals... Entschuldigt, dass ich jetzt gerade, ähm... Das ist ja endauernd hier... Ach, hier ist nur noch einer. Scheiße. Ist ja schon wieder fast voll. Dass meine Waffe damals... Nämlich auch schon fast kaputt war. So wie jetzt. Ach, shit. Und ich schlicht irgendwie zu wenig Schaden gemacht habe. Ja, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich muss ihn mal so ein bisschen... Sag mal! Ich muss leider sagen, dass ich mich bestimmt schon mal besser am Kämpfer angestellt habe. Aber da liegt er. Gut. So, nehmen wir hier mal ein bisschen was auf. Trank aus Tarnalia. Ja! So,